Eines der Genuss-Highlights der Caffeo Passione One-Touch ist der Original-Preparation-Prozess für original zubereitete Kaffeespezialitäten nach italienischem Vorbild. Denn wie bei einem Barista ist für die Kaffee-Zubereitung die richtige Reihenfolge der Zutaten entscheidend. So wird beim Latte Macchiato der Espresso erst nach der Milch und dem Milchschaum beigefügt. Beim Cappuccino ist es genau umgekehrt, genauso wie es sich gehört. Viel Spaß mit der Caffeo Passione One-Touch, euer Arthur vom Milita-Team.